Das war, wo kann man es besser feiern, als erstmal auf dem Schiff, auf dem Verein mit Westreisen zusammen auf der Jahrzehnte haben. Das war uns das Werte, das war uns das Werte jetzt an. Heute, heute machen wir die beste, beste Zeitreise ever, 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 die jeder das Haus in der Stadt gefunden hat. Wir haben Musik aus den 70ern gehört, Musik aus den 80ern, aus der Neuzeit und jetzt zurück in die 90er. Stefan, wir machen es jetzt mal nicht so spannend, ich würde einfach sagen, sag ihn an. Einfach nur, gerade die Würze, die Leute haben super viel Spaß. Meine Damen und Herren, danke schön an die Führer der Tür, die ist aus der Tür. Danke schön, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. 11 Millionen verkaufte Tonträger in den 90ern hat er angefangen. Er kommt aus Schweden, zumindest wohnt er da. Wenn man ihn sieht, sagt man, echt, Schweden sind doch zufrieden, das ist doch gar nicht. Liegt daran, seine ursprüngliche Heimat ist Nigeria. Er hat uns so ein Geschenk, die Mütter den einen ins Herz geben. Und ich sage nur, wenn ihr das hört, schreit jetzt um Himmel. Das ist die Mütter.